Was haben wir denn hier? Wir haben Bainblade Funcliff Ah, die ganz alten, die ganz ganz alten Fenris, den kenn ich Achso, das sind die, die von Anfang dabei sind, oder was? Das ist die Reserveform Das steht in der Channel-Beschreibung, hier im TS-Channel Ja, aber es war noch nicht drin, deshalb sehe ich es nicht Check-and-Hest-Regiment-Server Passwort ist 0512 Achso, okay, ja, okay, das ist blöd Wie gesagt, das ist Wir posten immer in dem Channel, in dem wir dann im Endeffekt sitzen im LB Editieren wir den Channel so, dass hier Passwort und Server drin steht Okay, ja, sonst stand der M1 im Chat drin, deshalb Oh nein, haben die uns ins Gegner-Team abgeschoben? Hä? Wir sind doch noch nicht zugewiesen worden Ja, aber das bedeutet, dass wir Team 2 sind und sie sind Team 1, oh Ja, das Second-Test ist komplett Team 1 Wir müssen an ihrem Geburtstag ihre Träume ruinieren, das ist schon traurig Also Leute, ab nach Frankreich, wir gehen nach Legion de la Visture, wir dürfen, wir dürfen, wir dürfen, ich habe keinen Offizier genommen, ich nehme jetzt Offizier Wir dürfen eine Art Los nehmen Wir dürfen eine Art Los nehmen, wir dürfen eine Art Los nehmen, so, und Ruhe Ruhe Und wir wählen das folgendermaßen, nimm dich 3, 2, 1 Ich? Shadow? Marschke Also Nummer 9, Nummer 9, es hat keiner verstanden, warum ist Nummer 9 Also, 3, 2, 1 Du, Shadow Du, das war schneller Ja, es ist gar nicht Man, TS Wiemal Meuterei? Aufstehen, warum knie dir da? Aufstehen In einem Glied herangetreten In der Mitte Also den soll ich auch jetzt schon nehmen, oder? Kannst du noch gar nicht Und da stehen bleiben Ich fühle mich betrunken Warum spawne ich nicht? Komm, machen wir was ganz geiles, zweites Glied bilden Oh, wieso wiesig denn? Willst du nicht lieber ein drittes noch bilden? Oh, wollen wir nicht zu den dritten rüber marschieren? Wollten ein viertes Warte, 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 drittes Glied sehen Viertes Glied sehen Viertes, nicht fünftes Oh, verdammt, stimmt's ja So, wir müssen Anderes Team, Jungs Fünftes Glied England England Ja! Und wir nehmen den eiskalten Atem Äh, Coldstream? Genau Das hat er richtig erkannt Deswegen nehme ich jetzt auch Also, das wäre eigentlich kalter Dampf, aber egal Kalter Fluss, Berlin Coldstream, nicht Steam Klausländer, ich darf das Ja, Saarländer, Alter Schlimm mit dem Steam heißt nicht Atem Also, denk dran England heißt Dampf Ja, eben England Kalter, kalter Dampf Helsing, join Es ist immer noch Stream Das ist bei allen egal Ich bin aber kein kalter Streamer Ich Jetzt wird erstmal geflamed, okay Von der Second-Hass-Reserve Magst du Äpfel? Von Noel gemacht Join now Join now Oder wir können Er wollte, dass wir jetzt Blackwatch nehmen, oder? Ja, Schatten Geil Ich mag Wenn es gäbe, dass das funktioniert Nur Es darf nur An der normalen Flagge Sprich Flagge 0 Für uns gespawnt werden Und 3 und 2 Flagge 4 nicht Wenn ihr das spawnt Backt ihr in die Kirche rein Aus der könnt ihr auch nicht rausschießen Und etc Nein Gegner Spawn Darf nicht eingenommen werden Noch Bin sehr unzufrieden Ich bin auch in ganz normale LB-Regeln In Linie bewegen In Linie schießen Karas Der eine Pömpfler Darf eine Muskete aufheben Leute Bitte mal kurz Ruhe Der eine Pömpfler Darf eine Muskete aufheben Darf auch Munition aufheben Darf aber nur in Linie schießen Wenn er alleine an der Kanone irgendwo sitzt Dann darf er sich nur im Nahkampf verteidigen Oder mit seinem Geschütz Hier es gibt Häuser Die gechargt werden können Bei diesen Häusern dürft ihr im Charge schießen Aber nicht nachladen Das war soweit alles Barlin hab ich was vergessen? Nö Gut Soweit zu den Regeln Außer vielleicht noch Dass es hier verschiedene Deckungsarten gibt Räume, Gräben und so weiter Der Gimmick dabei ist Dass ihr euch innerhalb dieser Gräben und Säule Hinknien dürft Schick Hast du das oben auf dem Berg mitbekommen? Mit diesen Erzmauern? Da darf man sich nämlich auch hinterhin gehen Das sind halt diese Holz, Erde, Holz Bauten Allerdings dürfen nur fünf Mann aneinander an einem Teil Beziehungsweise du musst mit fünf Mann So im Teil hinter sitzen Das heißt du darfst dich nicht jeder an einem Teil stellen Sondern du musst mit fünf Mann hinter so einem Teil stehen Soll ich den letzten Mann machen? Egal Die Gräben sind schon unterwegs Also so stark leckt es doch gar Laufen wir mal hier einfach mal ein bisschen Extreme Regeländerung und Ne Leckt echt nicht stark Live, live Good luck Ist schon live Wurde es gucken? Good lucken Ja, er hat er zweimal oder dreimal geschrieben Okay, gut, dann Vorwärts Laufstück vorwärts im Arsch, besser gesagt Haben wir jetzt einen Autolusten dabei? Ja, Landry Mensch, wir sind ja viele Ich das gleiche besetzen Ich renne mal nach Nein, nein Wir rennen da oben auf den Hügel drauf Barlin, hast du dich schon im Team mit irgendjemandem versucht abzusprechen? Ne Maschka, wenn du willst, können wir auch mal dann wechseln Spawn wo? Bei Flak 0? Ja Ja Nur eigene Flagge Flagge 2 und 3 Nicht Gegner Spawn Flagge Der Leck Der Leck ist klar Der Leck kommt aber nie wieder Wenn ihr den Punkt passiert habt Wurde schon erwähnt Das haben wir vielleicht noch vergessen zu sagen Da oben ist der Hügel, den ich gemeint habe Das ist unser Hügel 83 Hallo 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 Serverdaten stehen drin Leider musst du das Was war jetzt nochmal der Wert? 1000 Ja, und die Serverdaten 1050 Glaube ich 1111 Ach ja, stimmt, ja 1, 1, 1, 1 Das wird später noch im Seitenwechsel geben, ne? Ich bin jetzt mal gespannt Ich weiß gar nicht, was waren die Linienbegrenzungen, mit wieviel man... Lauf mal, lauf mal weiter grad aus, ich will mal was testen Leute, wer hat da so einen Sound hinter sich? Ne, es geht leider nicht Schade Ich würde sagen, es ist Blazer Nein, ich hab mein Mikrofon muted Wer hat denn dieses Lachen bei sich im Hintergrund? Also ich hab das nicht Ich weiß, wer es hat Wer? Cardet mal Bäumchen? Aha Ne, Bäumchen ist einer der wenigen, der grad noch dazugekommen ist Bäumchen 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 Also den Hügel müssen sie überarbeiten Jep 1, 2, 3, im Sau, sehr schritt Wecken alle Kinder mit Oh Hattet ihr auch grad nen Freeze? Nö Wenn man einen gewissen Punkt überschreitet, auf dieser Map, wie gesagt, kann das passieren Der singt eigentlich nicht grad in der Linie So Artillerist nach rechts Wohin? Nö, der Artillerist darf sich nur in der Linie mit uns bewegen, Baulin Dann gehen wir zu einer Kanone Dann gehen wir zu einer Kanone jetzt Also die Kirche passieren da vorne Oh da bin ich grad hin auf dem Weg Bisschen zähläuft der schon, oder? Auf dem Server Ganz Junge Riesige Karte Sehr viele Leute drauf Ich norme Davon ist ein Kanönchen Garantiert am Spiel Über zwei Die hier halt Ob man einen geschützt Wer ist denn grad hinten? Wer ist denn? Ja Hab ich schon Rost Muss mir nicht geben Okay Ich hab eins gefunden am Spawn Soll ich letzter Mann machen? Gewisse Gefechte in der Stadt Das war Bäumchen Brauchst du nicht unbedingt? Ich mach's trotzdem Gut, dann nehmen wir uns das Wacke 3, Jungs Selbst Viel Spaß hier oben Ja Und im Launchpad Was machst Nein Niemals machen Denk dran Wenn du jetzt Teamkills machst Dann Nimmst du uns Punkte Also schieß sicher Noch sicherer als sonst Muss ich mir doch gesagt werden Ich bin doch Frage 3 ist unten bei einer Holzfällerhütte Ich hab's ja schon gesehen Da sind wir quasi dran vorbeigelaufen Hätten wir eigentlich einnehmen können Meister 3 im Sauser Schritt Event ist etwas schrecklich Das ist die Karte Aha Freunde voraus Ich hab nicht rausgefunden wie die Kanonen hier schießen Ich hab gehört dass da vorne eine Mauer ist Und längst was steht auf Marsch So vor allem die Mauer ne? Das ist unsere freundlichen Bayern Und anlegen Hinterer Teil Und Feuer Rechts auch noch eine Linie Ja Rechts um Im Laufe vorwärts Marsch Ja die könnten Nein Zu weit rechts Ihr müsstet nachgedacht haben Ah ne ich nicht Nicht Ne ich hab's verkackt Na da hast du gleich die Zeit dazu Rechts staffeln Und hier halt Anlegen Und 3 ist Feuer Mach nur eine Salve Durchladen Und aus dem Zentrum In einer Linie Aus dem Zentrum Richtig gemacht Ich werd's nur wieder um Hat sich das Passwort verändert? Nein Okay Unsere Punkte Ja deswegen sind wir gerade unterwegs zu der Fahne Da haben wir uns bestimmt gesehen Wenn jetzt eine Linie kommt Darf ich da wegrennen? Ich denke Aber oben sind auch noch verbündete Linien Also ich komm mit dem Passwort Nicht auf den Servern auf Frag gleich nochmal nach 0512 Ja Achtung Feind voraus Stellung besetzen Ich glaub das dürfen wir Aufstehen Achso Aufstehen Ich smash hier drauf den Marsch Und freies Feuer Stop Ab in den Nahkampf Was diese Läggerei Ich bin grad an der Kirche Ähm wie war das Wacke 2 darf man spawnen ne Ich hab doch Ach so ne scheiße Ja Nur Flagge 4 nicht Alles brauchen wir alle Flagge 2 Ja Alle Flagge 2 So Leute Bei formieren in einem Glied Ja Sehr schön Reden noch ein paar bei uns Warte auf spawn Hey die wusste nicht wie ich hier komm Was für den Rest Panda Äh Flagge 2 spawn Ja Gut Wacke 3 Wacke 4 wurde jetzt erst getötet Ja Ja ich hab mich der 2nd Hest angeschaut Da kann man aber das spawn Im Lost Falls Marsch Ich glaub der Feind Kennt sich grad den Hügel hoch zweideutiges campen aber die map ist schön die ist echt schön und jetzt noch eine eindeutige was für riesenlinien rennen hier eigentlich durch die gegend ok also maschke falls wir dann tauschen sollten sehr lange nach halten sonst bricht er das ab gerade bei reload cannon macht er das gerne mal feindlinie ist gerade rechts aus dem blick verschwunden rechts marschiert aufm marsch einfach raus ja und freies feuer da war mittig einer die maschinen gerade auf uns zu seid nicht gerade zufällig an unserem spawn oder nein wir sind zwei ok weil zum spawnen kommt jetzt eine richtig große lange bayern wenn man spawnt rechts kann doch gar nicht sein welche einheit wollen den weg abschneiden wahrscheinlich nicht was und in den nahkampf sagt schon mal früher zu verbessern ja verlieren gerade flagge 3 am besten wer ist wenn jetzt flagge 3 spawnt ja da kommt noch eine linie dazu leute versucht bei flagge 3 zu spawnen ja in der tat die franzosen schneiden den spawnen von der ersten flagge also von unserem haupt spawnen ab stehen direkt davor und schießen alles nieder was ihnen in die quere kommt da können sie nicht einnehmen welche flagge hallo jungs flagge 3 je nach ja flagge 3 spawnt wo seid ihr bei flagge 3 in die rechts marschiert aufmarsch reist feuer auf die den hygel um rennen vielleicht darf man ein linie anschließen sieht es aus in die grad einen hügel aufmarschiert ja ja wir müssen daher verfolgen wir die nachladen beladen eine linie bleibt wieder angetreten wieder von links nach rechts und die rechte laufe ich seh euch wink mal ja ich würde da deine linke flanke aufpassen ja hab ich grad nicht drin dann gib ihnen ne kugel links ist leider nichts was es sehen könnte also das hier ist jetzt die aufgabe von unserem neuen mitglied das mitzunehmen gut oh fuck die kanonen stehen so nah aneinander dass ich die nicht ordentlich drehen kann lauf links von der linie mit der flagge sonst es gibt übrigens keine begrenzung dafür wie viele kanonen benutzen darfst das heißt nur wir dürfen nur ein stopp wapro regiment mitnehmen ich weiß ich hab auch schon zwei nachgeladen aber leider stehen die halt bescheuert auf irgendwas schießen die kerle da rechts ja und wir werden den kerlen da rechts jetzt helfen nachladen 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 wir haben nur einen mann verloren jetzt links noch die gefahren hügel oder nein und alles ab also ja die neben mir und alles ab zur mauer denkt dran dass ihr euch hinknien dürft informationen anlegen und freies feuer da kommen bayern von rechts schieß weiter auf die linie nein bayern neues ziel bayern habt ihr sie alle im visier wenn ihr sie im visier habt dann schießt auf die bayern wenn nicht schieß weiter auf die andere linie muss kätigen bleiben bärtiger mann wer ist dieser bärtige mann vor den häusern kommt die linie raus das ist doch der offizier egal richtig versucht wenn es nicht wenn wenn ihr meint ihr trefft die linie schlechter versucht den adlerrissen zu erschießen dann haben wir ihre bläden zumindest mal durchkreuzt und charge aufteilen denkt dran dass ihr jetzt in nahkampf geht oh man ihr müsst extrem früh loslassen euren schlag flagge 2 oder flagge 3 ähm 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 nein flagge 4 kann man nicht spawnen flagge 3 denkt an den spawn bug nein jungs jungs halt änderung schnell flagge 2 ich hoffe es funktioniert noch was sollen wir jetzt machen wenn man flagge 3 gespawnt ist dann besaufen wir eine flagge 3 gespawnt ähm ähm in einem glitter angetreten beeilung 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 und losschritt vor als marsch wer ist das da die kgl komm doch vor den franzosen an ich habe ehrlich gesagt den verdacht dass die serverlecks vor allem aus dem schnee effekt kommen verteidigungsanlagen besetzen denkt dran nur fünf leute ihr müsst mindestens fünf leute pro ding sein das heißt ihr beiden müsst mit hier rüber kommen ach mindestens ich dachte maximal nein mindestens guckt euch nicht an der an den schachten der mitte unten bleiben unten bleiben unten bleiben sollt ihr durch den baum schießen ja geht doch durch die blätter also ich sehe da kein ich kann den feind nicht ordentlich einsehen aber dadurch auch kein angenehmes oder kein gutes schuss fällt alter ähm kommt jetzt eine linie noch eine große hoch ok machen die jetzt einen sturm und griff hier die klasse hoch oder was musst du die ganze zeit da unten stehen jetzt epic ja ich stehe jetzt hinter der linie mit der anderen dann schleicht dich schleicht dich auf der anderen seite hier hoch da reicht es noch eine linie da wo wir als erstes hoch sind oder er hält erstmal die flagge 3 ne ne alleine keine eine eine schleicht sich übrigens rechts von euch am berg hoch glaube ich und ich war auf der anderen seite wo wir verlangen ne rechts sind bayern-barlin rechts beim kanon kürz aufstehen ab nach rechts alter die kanonen sind hier komplett unbrauchbar die schießen so langsam 0-9 bildende linie Achtung und links versteht auf Marsch anlegen und freies Feuer und nochmal zurück zur stellung ja besetzen besetzte guckt dass ihr ein gutes schussfeld habt hat man rechts ein besseres schussfeld? ja ab nach rechts jungs rechts ist besser ja ha 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 bist du das? lauf hippic lauf! oh god ich höre dass da vorne noch eine moskete für mich liegt eine kostenlose nein 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 so knapp nein und auch noch von bonbon watch out for officer habe ich gerade den officer geertshotted oder was? also das war eh doch nicht erlaubt ups endlich treff ich mal wieder was ah wir haben die franzosen in der mangel sie haben nicht mehr viele leben mhm scheiße sie ziehen sich zurück baulin ja gut jungs ohne vorstoß jetzt gehen wir auf die jagd jetzt hand sich dadurch dass wir direkt der ort von den hügel eingenommen haben die haben versucht den hügel wegzunehmen und ja wie ist die denn bitte abgeprallt bann ihn lauf besser im weiteren bogen um den berg rum vielleicht stehen sie direkt hier hinter der ecke ja ja achtung rechts marschiert aufmarsch und freies feuer eine ist nachgeladen eine ist nachgeladen nachgeladen und weiterfeuern die äh welche ist das? die 3 na? oder ist das die 2? das war die 2 3 ok schießt tötet sie schön sind es man Oh hi 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 der second test ist da da kommt nachschub in den nahkampf habe ich jetzt kurz nicht drauf geachtet tut mir leid sehr schön linie neu formieren rechts was steht auf marsch nachladen wir haben gewonnen das sollte ich machen der server läuft doch mal ist egal ich wollte es gerade sagen habe trotzdem nur 24 fps ja bei dir ist es aber auch normal klasse startbild wird sagen wir gehen gleich richtung berghof das können wir tun ja das ist ja jetzt wieder die selbe karte du kennst die prozedur noch mal als erinnerung an alle diesmal gehen wir links raus unter einer stelle sozialisten hier man soll ja keine in hinter mir keiner sport nachher bei vier jahre wenn auch nur ein einziger in vier spawnen dann hat der einzige alt für immer weg jetzt schon gespawnt so also da irgendjemand der nicht da ist außer den leute bei denen das spiel gestorben ist das ist nicht linie im laufschritt vorwärts geht es hier nicht zum berg ne fack ist der andere spawnt sorry einmal schön um second s werden eigentlich drücken müssen das bitte vergiss nicht mehr denn das fernglas zu geben bevor du dann gehst ja weil sonst würde ich von euch denkst dir dahin wo die sonne nicht scheint und keller kopf also keine kellerfenster doch ich habe kellerfenster in der tat benutzen oder ein bisschen entsperrt ist das unprojekt wenn die lochfenster haben videos fps wenn es vergittert ist passt es doch ich weiß nicht was das spiel dann gut jetzt einfach mal dass die feindlichen liegen schneller im hügel sein werden leute lauf mal nicht so schnell ich komme nicht hinterher immer diese artilleristen ich hoffe heute ich bin das laufe nicht gewöhnt da bin mal mein artihorst bitte jahrt mach nach der von voller schocki vielleicht sollten wir in der wegung ziehen zuerst die holzfalle heute einzunehmen und sie von den simpsons oder da hätten zuerst flagge vier und flagge drei einnehmen sollen nach die machen das so flagge drei ist schon in arbeit dann werden wir zu zwei hoch gehen weil die flagge drei einzunehmen kann auch nicht das problem oder die hatten das besser gemacht als wir zu zwei hoch sind jungs langsam hätte ich nicht mehr zu eurer die wenn ihr noch weiter lauf weiter lauf noch mal weiter wer hat gerade angefangen vier zoll oberen auch ein paar ja frau sie ist nein wir wo ist denn hier in kanönchen ja sie sind oben jetzt haben sie es wahrscheinlich ein artillerist ich bin nicht für den kampf geboren ja und rechts staffeln linie hier halt freies feuer nutzt man so ordentlich dreht ihr euch nicht mehr um kein freies feuer mehr so hoch nach rechts ok in den aufschritt vorwärts marsch da kommen feinde seid bereit rechts staffeln linie halt freies feuer das auch noch der pümpler dabei linie stellen blazer nach links das problem an der fahne nach wenn die da marschieren wie sie wollen nach links um dann an deiner seite so und im nachschritt vorwärts marsch verdammt wir holen uns jetzt wenn unsere verbündeten da sind mal die drei die nimmt nur drei das werden wir tun nachdem wir die drei euro vertreten die kann ohne gegner kommt sie umdrehen scheint sie nicht zu jucken leute behaltet man etwas die ruhe das ist immer noch nicht wenn habe ich gehört und linie halt ihr nehmt mal schön die hat das fleckchen ein ich gucke ob sie umdrehen nein tun sie nicht linie im laufschritt vorwärts marsch ist eigentlich gerade eben jemand von uns gestorben nein arras könnten uns an ihren spawn stellen rechts von uns ist noch ein feind könnten uns an ihren spawn stellen und sie das spawn kämpfen das könnten wir tun sekunde mal wie sieht die flachs flangen status aus 0 und 2 die meisten werden jetzt bei zwei spawnen ich bin nicht sicher wie sinnig es ist linie rechts staffeln und linie halt freies feuer schießt noch auf den einzelnen typen ich guck mal wie es aussieht da richtung 0 schöner schuss panda ich bin nicht sicher wie sinnig ist es ihren spawnen abzuschneiden da spawnt nämlich glaube ich keine sorge hat die sind alle oben würd ich so nicht sagen da können leute nach vorne die dann flagge 4 sich holen wollen und da sind kanonen wir vielleicht auf sie richten können nachschrift vorwärts marsch ja ganze linie aus bremsen was ja der artiller ist da vorne ich kann ja nicht schneller laufen lande nach hinten auch einfach ja nach hinten und alle drehen wir oben und alle drehen wir oben jetzt kommt feind beschuss du hast eine riesige lücke hinten zwischen der linie ich weiß sorry hier rechts marschiert auf marsch und ihr habt dann freies feuer sobald ihr steht ich geh mal in deckung nein ja geh einmal um den baum rum richtig offiziersmäßig dann noch mehr oder sind das nur die paar ok links um ein aufschrift vorwärts marsch und und charge das wort auch absicht respawn bei welcher flagge flagge 3 3 wenn ihr bei der 3 seid warten wir uns in hause rüber Richtung 0 ob da bewegung ist das tue ich mir nicht länger an was tust du dir nicht an wer ist denn der ranghöchste panda ist der ranghöchste seid ihr schon misspawnt oben wird gekämpft rück vor da ist nichts zwischen euch in der flagge ah shit ich bin ein falsches flagge ich wollte mich vielleicht erstmal einer kanone absetzen bevor ich sterbe ja wurde nichts gesagt dass wir es nicht dürfen hallo ich drücke auf ganz klamm heilig du musst das neu drücken also du musst eine andere flagge auswählen und dann die neue flagge wir laufen jetzt mal zu dritt zu ihrem spawnen aber nicht spawnen einfach nur die andere flagge anklicken ne ja das haben wir sehr schön gemacht wir sind einfach an dem fall gelaufen maschka 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 achso ach die kanonen an ihrem spawnen oder was ja ich wollte jetzt zum spawnen gehen gucken was da abgeht ja aber die spawnen doch nicht hier ja ok dann sagt mir mal was da obwohl das spawnt doch keine sauer da kommt ein schweiler die ganze action ist oben ohne witzig er schießt sich gleich maschka maschka ja aber wenn wir den spawnen abschneiden haben sie keinen Platz mehr wo sie sich spawnen das spawnen keine sauer mhm verdammt nochmal ja 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 alle linien sind oben wir dürfen den spawnen nicht angreifen wir haben nix davon da zu campen wir sind zu wenige um das elegant abzusichern im laufschritt vorwärts marsch flagge 3 flagge 3 flagge 3 okay gerd marsch das Wald war der falsche Befehl ich weiß das war nur so metaphorisch ich wäre froh dass wir nicht gehörig waren was direkt charge direkt charge geht hier hinterm netz lang stampelt wir können nur flagge 1 spawnen oder ja spawnen flagge 1 wo zusammen jungs nicht alleine nicht sinnlos boah ah warte die die tot sind haltet haltet nicht respawn nicht respawn die gerespawned sind äh suchen sich ne linie im Anfänger 1 der rest macht sich bereit bei flagge 3 zu spawnen äh Karas soll ich mir lieber einfach linieninfanterist nehmen flagge 3 safe wenn euch eh nicht zu ner kanone führt äh ja welche kanone würde denn hier sinn machen ich kann dich kurz bei der 4 abladen wenn du willst aber da ist auch nicht viel los obwohl jetzt spawnt der feind an seinem ich guck hier gerade im speck kurz ein bisschen durch flagge 3 safe oh heheheh wurdest du gerade getreten barlin ja 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 es war aber außer se achso ich spaw einfach nicht da sind franzosen vor uns ja da haben meine große muskete dabei ich soll nochmal ganz neu flagge 3 nehmen komm her zu mir ja komm franzosen oh soll ich das mitnehmen andere seite komm da sind wohl die jahre hinter uns bei den müssten wir sonst laufen okay ich nehme jetzt ist das bringt sonst ich hole den macht euch nur noch mehr bleibt in deckung und wenn ihr euch erschießen wir wollen nicht recht rum nicht in die mittelmein gehen und zu fahren okay bei flagge 1 dann ist das ja ganz schön danke dass wir nur flagge 4 durfte man im chart schießen nur in häusern glaube ich ja hier gibt es doch eigentlich überhaupt gar keine besetzungen ja ich frag mal kurz schön blazer hör mal was hier beschießen blazer rechts von dir ja genau hast du trotzdem sehr schön gemacht blazer sag mal leute spawnen hier gerade alle bei flagge 4 oder wo bleibt ihr ne flagge 1 ne flagge 1 stopp halt blazer hier hinten ja ja ich seh bist du leise blazer ne gar net komm ich mit der pistole euch hinterher legen ganz normal hast du mich leiser gestellt gut in den laufschritt vorwärts marsch ne ohja ähhh ach hast du keine ahnung du bist mehr leise sag mal noch was ne bitte auch das art ja auch nicht jetzt genau das ist gut ich komme gleich ich bin jetzt da löst du ihr dürft erst ab 5 mann ausrücken das wurde extra eben nochmal geschrieben oh ok wir sind doch 5 oder panda achso in den flüssen äh flüsse sind übrigens so eingestellt zumindest der große hier soweit ich das verstehe dass wenn du drin bist du nicht wieder rauskommst weißt du musst da drin verrecken ich dachte man verliert keine munition ne sei mal ein fortschritt blöd doch du weißt es doch das wasser greift dann in deine munitionstasche und zieht alles raus wenn ihr bei der 3 seid macht euch bereit für feindkontakt da kommen jetzt welche von rechts von rechts du einfach so reingedrängt bzw. von richtung unseres heimatspawns na ich dachte jetzt die woanders schlagen wenn ihr wenn ihr genug seid zum laufen dann lauft weg versucht hinten rum zu zweit zu kommen ach egal fällt keinem auf du stepp hast du mittlerweile wieder noch meinen impfant rüsten ne ich bin ja immer noch nicht gestorben deswegen egal aber gleich du stepp stirbt schon irgendwann ist es mach auch so wenn ihr durch kann man ahhh ahhh bade 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 cb ahhh bade cb cb Wenn ihr sterbt, Flagge 3 ist vor. Halt, freist Feuer. Formiert ordentliche Linie. Das geht besser, Jungs. Jetzt bin ich tot. Flagge 3, Flagge 1. Flagge 3, wenn ihr könnt. Und geht dann sofort in den Charge. Willkommen auf. Linksum, im Nachschritt vorwärtsmarsch. Reint direkt hinter uns. Rückt jetzt nach. Oh Gott, Leck. Hinter dir ist ne Linie. Achso, okay. Leute, Ruhe halten. Schließt euch uns an. Wer ist da von uns? Ah, da, okay. Panda, komm. Komm hier rüber. Nach rechts. Hinter dir. Panda im Nahkampf. Und direkt in den Charge. Ich will keine Schüsse sehen. Okay, Linie in einem Glied herangetreten. Eins safe. Wie sieht's mit der 4 aus? Gut. Oh mein Gott, Linie im Nachschritt vorwärtsmarsch. Aber wir haben die Franzosen zurückgedrängt. Haben wir auch. Oh mein Gott. Oben auf dem Hügel sind noch Franzmänner. Ja. Ach ne, vergess es. Da hinten sitzt ein Kanonier. Zwei. Uh. Sehr ekelhaft. Ah. Da hinten kommen sie wieder. Oh, das war knapp. Mhm. Eigentlich nur auf die Position halten. Ist das eigentlich jetzt letzte Runde schon? Ja. Warte. Dings. Feinkopf den Hügel runter. Okay. Oh mein. Direkt den Hügel runter? Über diese Buggy geschehen? Nein. Ah ne, okay. Ne? Rechts Staffeln. Linie Halt. Legt an. Und freies Feuer. Sehr schön. Achtung. Achtung. Linie formiert sich. Spell der Verluste. Ja. Hab ich mitgekriegt. Welche Flagge? Richtet euch mal an Shadows. 3. Linker Seite neu aus. Weiterhin. Weiterhin. Selbe Fahne. Bis was anderes gesagt wird. Selbe Fahne. Das ist egal. Das ist praktisch immer noch Flagge 3. Und Rückzug zur Fahne. Weg. Weg. Hier. Nach rechts. Richtung Flagge. Lauf eine lockere Formation. Und. In deinem Haus sammeln. Nachladen. Letzter Mann geht nach hinten ans Hausende und guckt um die Ecke. Wer darfst du sich mal so so rückgefahren? Ja, das Ganze kehrt. Ja, sie fallen nicht. Links marschiert auf Marsch. Links marschiert auf Marsch. Kann. Ja, freies Feuer, sobald ihr sie seht. Wenn die jetzt kommen und nicht gerade gecharged wurden. Ja, die werden gecharged. Dann ran da. Hier, mir nach. Und direkt in Charge. Wieso sind wir auf einmal so viele? Ehrlich mal, warum? Wir sind eben respawned. Keine Teamkills. Passt auf eure Kameraden aus. Sind die Letzten? Blocken statt schlagen, Jungs. Blocken statt schlagen, lieber. Alter. Das hat schon mal ne Kartetsche mitgenommen. Ah, da passt.